Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich auf Ihrer Fahrt ins Badische Staatstheater zu Ephigenie. Mein Name ist Anna Haas, ich bin Dramaturgin hier im Haus und werde ein paar einleitende Worte sagen. Ich bin aus Tantalos Geschlecht, offenbart Ephigenie und sprich damit ein großes Wort gelassen aus, wie Thoas sagt. Seit fünf Generationen ist ihre Familie von einem Fluch gezeichnet. Tantalos, der Stammvater des Geschlechts der Tantaliden, war ein Halbgott und bei den Göttern wegen seiner Klugheit beliebt. Doch zog er mehrfach ihren Zorn auf sich. Göttervater Zeus vertraute ihm seine Pläne an, die Tantalos jedoch an die Menschen weiterverriet, was ihn in die Nähe des Prometheus rückt, der den Menschen das Feuer und damit eine große Macht gebracht hatte. Eingeladen an der Göttertafel zu speisen, stahl Tantalos Nektar und Ambrosia, die Nahrung, die den Göttern und Sterblichkeit verlieh. Als die Götter zu einer Gegeneinladung bei Tantalos eingeladen waren, versuchte er, ihre Allwissenheit auf die Probe zu stellen. Er tötete seinen jüngsten Sohn Pelops und ließ ihn den Göttern als Mahl zubereiten. Allein Demeter verzehrte einen Teil der Schulter des Pelops, die anderen Götter bemerkten die Gräueltat sofort. Sie setzten Pelops Einzelteile wieder zusammen und erweckten ihn zu neuem Leben. Die verspeiste Schulter wurde von den Göttern durch eine Elfenbeinerne ersetzt. Zur Strafe verfluchten die Götter Tantalos seine Kinder und Kindeskinder. Eine Spirale von Gewalt und Verbrechen über fünf Generationen wurde in Gang gesetzt. Jeder seiner Nachfahren wird ein Familienmitglied töten und somit weitere Schuld auf sich laden. Ephigenius Vater Agamemnon ist der Urenkel des Tantalos und auch in seiner Generation und der seiner Kinder setzt sich der grausame Fluch fort. Davon handeln sowohl Euripides Ephigenien Aulis als auch Goethes Ephigenia auf Tauris. Regisseurin Delia Ruprecht hat beide Stücke zu einem knapp zweistündigen Abend verwoben. Windstille herrscht am Euripos, der Meerenge zwischen der Insel Euböa und dem griechischen Festland in der antiken Hafenstadt Aulis, von wo aus das griechische Heer nach Troja aufbrechen möchte. Aulis war in der Antike ein bekannter Kultort der Jagdgöttin Artemis. Der griechische Heerführer Agamemnon hatte sie erzürnt, als er eine ihrer heiligen Hirschkühe tötete. Daraufhin hinderte Artemis die Ausfahrt der griechischen Flotte nach Troja, indem sie ihren Schiffen den Wind aus den Segeln nahm. Der Seher Calchas hatte prophezeit, dass Agamemnon seine älteste Tochter Ephigenia opfern müsse, um die Götter zu besänftigen. Aus politischem Kalkül und Machtstreben hatte Agamemnon seine Frau Glythymnestra und die Tochter nach Aulis bestellt, unter dem Vorwand, Ephigenia vor der Abfahrt noch mit dem berühmten Helden Achill zu vermählen. Nun plagt ihn doch das Gewissen und er schreibt seiner Frau einen zweiten Brief, um sie zu warnen. Auf keinen Fall solle sie mit Ephigenia nach Aulis kommen. Der zweite Brief wird jedoch von seinem Bruder Menelaus abgefangen, der ihn sofort zur Rede stellt. Agamemnon befindet sich in der Zwangslage, dass er als Heerführer genötigt ist, die politischen Interessen über seine persönliche Not als Vater zu stellen. Durchaus berechtigt ist die Frage, weshalb er wegen Menelaus untreuer Gattin die eigene Tochter töten solle. Und Menelaus scheint sich vom Leid des Bruders erweichen zu lassen. Doch diese Regung von Mitleid könnte auch eine kluge List sein. Denn im Verlauf des von Menelaus klug geführten Gesprächs wird Agamemnon bewusst, dass ihm möglicherweise gar keine Wahl bleibt. Falls das Heer bereits vom Seerspruch erfahren hätte, würde die tobende Masse die Tochter auch gegen seinen Willen opfern und das Reich des egoistischen Heerführers in Schutt und Asche legen. Als Glutimnestra und Ephigenia eintreffen, hält Agamemnon also doch am Heiratsschrindel fest. Glutimnestra begrüßt Achill als zukünftigen Schwiegersohn und muss feststellen, dass dieser nichts von einer Hochzeit weiß. Glutimnestra erfährt die Wahrheit. Achill verspricht ihr beizustehen. Sie fordert den Ehemann Agamemnon zur Aussprache und fragt, weshalb die eigene Tochter für ihre flatterhafte Schwester Helena und einen noch viel überflüssigeren Krieg sterben solle. Ephigenia bittet den Vater um Gnade. Als sie sich am Ende doch entscheidet, für ihr Land in den Tod zu gehen, greift die Göttin Artemis rettend ein. Man hört das Schwert des Priesters fallen, doch das Mädchen ist verschwunden und niemand weiß wohin. Artemis hat Ephigenia in eine Wolke gehüllt und nach Tauris auf der heutigen Krim entführt, wo sie ihr als Priesterin dienen soll. Als die Handlung von Goethes Ephigenia auf Tauris einsetzt, sind einige Jahrzehnte vergangen. Orest, der in Ephigenia auf Aulis noch ein Säugling war, ist ein junger Mann geworden. Die Griechen haben nach zehn Jahren in Troja gesiegt und der Fluch, der auf dem Haus der Atriden liegt, hat sich über weitere Generationen fortgesetzt. Indes ist Ephigenia als Fremde unter Fremden eine hoch angesehene Priesterin, aber längst keine junge Frau mehr. Auf König Thoas, den Herrscher von Tauris, hat sie großen Einfluss. Als Priesterin hat sie einen tiefgreifenden menschlichen und kulturellen Wandel in Gang gesetzt. Der alte Brauch, dass jeder Fremde oder Flüchtling, der seinen Fuß auf taurischen Boden setzt, umgehend getötet wird, konnte durch sie beendet werden. In langen Gesprächen hat sie Thoas davon überzeugt, dass nicht jeder Götterglaube unhinterfragt zu Opfern führen muss und nicht jeder Fremde automatisch eine Gefahr ist. Der Mensch hat nicht nur eine Wahl, sondern auch Verantwortung. Moment für Moment kann und muss man selbst entscheiden, wie man menschlich handelt. Thoas, dessen Ehefrau verstorben und dessen Sohn im letzten Krieg gefallen ist, ist einsam. Er möchte wieder heiraten und macht Ephigenia einen Antrag. Thoas bittet Ephigenia ihm endlich, das Geheimnis ihrer Herkunft zu entdecken. Sie erklärt ihm, dass sie aus dem Geschlecht der Tantaliden stamme und Agamemnon ihr Vater sei. Obwohl sie schon seit vielen Jahren auf Taurus lebt, fühlt sie sich ihrer Heimat Mykene eng verbunden und nicht frei für eine Heirat im Exil. Sie weiß weder, wie der Trojanische Krieg ausgegangen ist, noch wie es ihrer Familie ergangen ist. Sie sehnt sich, nach Hause zurückzukehren. Widerwillig gesteht Thoas zu, sie ziehen zu lassen, falls sich für Ephigenia eine günstige Gelegenheit zur Heimfahrt ergäbe. Gekränkt durch die Zurückweisung jedoch besteht er darauf, dass Ephigenia den alten Opferbrauch wieder aufnehmen und die beiden Fremden, die auf der Insel gestrandet sind, töten solle. Was Ephigenia nicht weiß, einer der beiden Fremden ist ihr Bruder Orest. Er wird von den Furien verfolgt, da auch er sich schuldig gemacht hat. Gemeinsam mit ihrem Liebhaber Ägist hatte seine Mutter Clutinestra den Vater Agamemnon bei seiner Rückkehr aus Troja getötet. Damals hatte die große Schwester Elektra den jungen Orest bei seinem Onkel Strophius versteckt, wo er gemeinsam mit dessen Sohn Pylades aufgewachsen ist. Zu einem jungen Mann herangewachsen kehrt Orest als Bettler verkleidet nach Mykene zurück, gibt sich der Schwester Elektra zu erkennen und tötet die eigene Mutter und ihren neuen Ehemann Ägist. Damit hat er die Blutschuld des Tantalidenfluchs erfüllt. Orest wird seitdem von den Rachegöttinnen verfolgt. Das Orakel von Delphi hatte ihm prophezeit, dass er, wenn er die Schwester aus Taurus zurückbrächte, von seiner Schuld geheilt würde. Da Orest nichts davon weiß, dass seine Schwester Ephigenia auf Taurus lebt, verstehen er und Pylades das Orakel des Apoll falsch. Sie denken, gemeint sei Apolls eigene Schwester, die Göttin Artemis, deren Statue sie aus Taurus zurück in die griechische Heimat bringen sollten. Orest jedoch glaubt nicht mehr an eine Rettung und möchte nichts lieber als sterben. Auf Taurus verschleiern Orest und Pylades ihre Identität und behaupten, sie kämen aus Kreta. Glücklich auf Griechen zu treffen, fragt Ephigenia nach dem Ausgang des Trojanischen Krieges und dem Schicksal der Ertriden und erfährt, dass sich die Spirale der Gewalt über weitere Generationen fortgesetzt hat. Orest und Ephigenia entdecken, dass sie in Wahrheit Geschwister sind. Orest sieht darin jedoch keine Rettung, sondern bittet die Schwester, ihn zu töten. Er wird von einem Albtraum heimgesucht, in dem die Ahnherren seiner Familie erscheinen. Pylades dagegen ist ein geschickter Stratege und entwickelt einen Fluchtplan. Ephigenia soll das Opfer aufschieben, während Orest und Pylades die Flucht vorbereiten. Doch Ephigenia ist hin- und hergerissen. Soll sie Taurus, dem sie sich durch die Jahre tief verbunden fühlt, hintergehen, um sich und den Bruder zu retten? Im entscheidenden Moment entschließt sie sich, ihm die Wahrheit zu sagen. Sie erinnert Taurus an seine Zusage, sie ziehen zu lassen, wenn ihr die Rückkehr in die Heimat möglich wäre. Und hofft auf Verstand und Menschlichkeit. Lilia Ruprechts Inszenierung verbindet die Vorgeschichte Ephigenien Aulis von Euripides mit Goethes Ephigenia auf Taurus. Um die Zeit, die zwischen den beiden Teilen vergangen ist, sinnlich erlebbar zu machen, wird Ephigenia von zwei Schauspielerinnen unterschiedlichen Alters verkörpert. Die in den Jahren in der Fremde auf Taurus gealterte Ephigenia begegnet mit dem Bruder Orest auch ihrem eigenen, jüngeren Ich. Beim griechischen Tragödiendichter Euripides bestimmen die Götter das Schicksal der Menschen. Für die Nachkommen des Tantalos ist es unmöglich, dem Fluch der Götter zu entgehen. Über Generationen ist jeder Nachfahre des Tantalos dazu verdammt, einen Mitglied seiner Familie zu töten und somit weitere Schuld auf sich zu laden. Goethe dagegen hat seine Ephigenie in einem Brief an Schiller vom 19. Februar 1802 als ganz verteufelt human bezeichnet. Sie wird zur Schlüsselfigur der humanistischen Überzeugung, dass durch Einsicht und autonome Selbstverantwortung die private und öffentliche Spirale der Gewalt durchbrochen werden kann. Schon in Euripides Ephigenien Aulis, wohlmöglich Euripides letzter Tragödie, ein Alterswerk, das unter dem Eindruck des Peloponnesischen Krieges und der dadurch ausgelösten inneren Krise Athens entstanden ist und das eine von Konflikten, Terror und allgemeiner Zerrüttung gezeichnete Welt beschreibt, stellen die Frauen, Glytemnestra und Ephigenie, die Notwendigkeit von Opfern und Krieg deutlich in Frage. Erst als Ephigenie bewusst wird, dass sie der männlichen Logik von Macht und Ehre nicht entgehen kann, da ihr Vater Agamemnon nicht davon abzubringen ist, in einen sinnlosen Krieg zu ziehen, den die Götter scheinbar bestimmt haben, beschließt Ephigenie, diese Logik auf die Spitze zu treiben. Sie inszeniert ihren eigenen Opfertod. Bei Goethe steht dagegen die Eigenverantwortlichkeit des Menschen im Zentrum, in jeder Situation eine eigene Entscheidung zu treffen. Die Textfassung kombiniert Goethes Vers und Prosa-Fassung. Während die Taurer bei Goethe als Barbaren bezeichnet, dem Blankvers sprechen, drücken sich die Griechen Orest und Pylades in der noch roheren, aber auch viel direkteren Prosa-Fassung aus. Ephigenie hat sich nach Jahren im Exil der taurischen Sprache assimiliert, doch in der Begegnung mit ihrem Bruder wechselt auch sie immer wieder in Prosa. Wer eigentlich die zivilisierte Kultur ist und wer die Barbaren sind, bleibt eine offene Frage. Die Bühne von Paula Wellmann ist stark von Elementen wie Wasser, Erde und Luft geprägt. Die Griechen in Aules sind Urwesen, die zwischen Wasser und Land leben, die eine archaische Gemeinschaft bilden, während die Menschen im fernen Tauris fast schwebend auf der Erdkruste in Wolken gehüllt dem Element der Luft zugewandt sind, wie auf einem entfernten Planeten. Wer davon barbar ist und wer zivilisiert, kann man sich aussuchen. Regisseurin Lilia Ruprecht führt regelmäßig Regie am Deutschen Theater in Berlin, am Schauspiel Köln, ab der kommenden Spielzeit am Schauspiel Hannover und Startschauspiel Dresden und zeichnet für die große Inszenierung bei den Wormster-Nibelungen-Festspielen 2019 mit Klaus-Maria Brandauer verantwortlich. Goethe selbst hatte die Uraufführung seiner Ephigenie auf Taurus im höfischen Liebhabertheater der Mutter des Herzogs Anna Amalia persönlich inszeniert und selbst die Rolle des Orrest gespielt. Die Aufführung war damals ein Skandal, da die gängige Aufführungspraxis zur Goethe-Zeit war, in zeitgenössischer Ausstattung zu inszenieren. Goethe hatte sich aber für antike Kostüme und ein antikanmutendes Bühnenbild entschieden. So sind die ästhetischen Sehgewohnheiten zu jeder Zeit anders und niemand weiß wirklich, wie eine Werktreue oder richtige Inszenierung auszusehen hat. Die Entstehungsgeschichte der Ephigenie reicht vom Jahre 1779, in dem Goethe die erste Fassung des Schauspiels in nur 43 Tagen niederschrieb, bis zum Jahr 1787, in dem er das Stück in der Form, wie es heute überliefert ist, beendete. Der damals 26-Jährige war als geheimer Rat am Weimarer Hof des jungen Herzogs Karl August in vielerlei staatliche Angelegenheiten eingebunden. Er war für Straßenbau, Bergbau, Militärwesen zuständig und wurde 1782 sogar Finanzminister. Auch wenn ihm für literarische Betätigung kaum Zeit blieb, entstand in dieser Phase die erste Prosa-Fassung der Ephigenie auf Taurus, nach der Vorlage von Euripides, Ephigenie bei den Taurern. Während bei Euripides am Ende die Göttin Athene als Deus ex machina auftritt und Taurus gebietet, Orest und Ephigenie ziehen zu lassen, setzt Goethe mit Taurus berühmten Lebwohl ganz auf die menschliche Entscheidung. Regisseurin Lilia Ruprecht war dieses Ende zu versöhnlich. Sie steigert den Kontrast der Weltanschauung von Taurus Prinzipientreue und Ephigenies vorbehaltloser Menschenliebe zu einem Crescendo. Orest ist nicht von seiner Schuld befreit und entschließt sich zum Selbstmord, da er der Schuld als Mensch nicht entkommen kann. Und dennoch höret für Ephigenie auch nach diesem traurigen Ende die Liebe nimmer auf. Sie lebt weiter und trägt das hohe Lied der Liebe in die Welt. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen einen guten und interessanten Theaterbesuch in Karlsruhe. Ich wünsche Ihnen einen guten und interessanten Theaterbesuch in Karlsruhe.